Ich glaube, wenn jeder Schüler meinen Penis kennt, dann... Wieso bist du lieber zu X-Faktor als zur größeren Show DSDS? Weil zu der Zeit X-Faktor was Neues war. Also DSDS hatte, glaube ich, schon acht, neun Staffeln hinter sich. Und The Voice gab es damals noch nicht. Und ja, X-Faktor war halt, auch wenn es doof klingt, nicht so ausgelutscht. Und deshalb wollte ich das mal versuchen. Und warum wolltest du nicht zu Adam, sagt Eva? Gut, ich habe ja auch noch Nachzeitflugpläne. Ich möchte Lehrer werden. Ich glaube, wenn jeder Schüler meinen Penis kennt, dann... Biologieunterricht! Ja, genau. Ne, das habe ich abgesagt, ja. Deine Lieblingsserie? Ich muss ehrlich sagen, ich gucke gerne Animes. Ich gucke zum Beispiel Dragon Ball Super ist momentan sehr angesagt bei mir. So was mag ich sehr gerne, ja. Sebastian Wurz Michaela Schäfer Seht ihr bei dem süßen Partyprinz Partyprinz Und das machen daran, wie der McLean-Kehner örtet. tighten Deine Lieblingsserie Ich rufe